Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in einem Zoom-Meeting Hintergrundmusik einspielen kann, um so am Anfang eines Meetings den peinlichen Moment der Stille zu umgehen, wenn so Leute nach und nach in so ein Meeting eintröpfeln und keiner sich traut, so ein bisschen was zu erzählen. Dafür bin ich schon mal in einem Zoom-Meeting. Das, was man ja typischerweise machen würde, ist vielleicht so Folien freigeben und das, was man dann anklicken muss, ist eben den Ton hier freizugeben. Und das mache ich jetzt mal und dann sieht man, ich habe Folien und mein Kamerabild weiterhin. Und jetzt kann man zum Beispiel über einen VLC-Media-Player einfach im Hintergrund so beliebige Musik einspielen. Ich mache die mal ein bisschen lauter. Ich würde die in dem Meeting nicht so super laut machen, so 30, 40 Prozent, vielleicht auch sogar noch ein bisschen weniger, ist auf jeden Fall eine gute Lautstärke. Und wenn man jetzt auch nur die Folien freigibt, dann sehen die Teilnehmenden in einem Zoom-Meeting auch überhaupt nichts von dem Fenster. Man kann das natürlich auch einfach auf einen zweiten Bildschirm packen. Und die letzte Frage ist natürlich, wo bekommt man jetzt solche Musik her? Natürlich in diesem Internet findet man die. Gibt es so Leute wie KV als Musikproduzenten, die eben lizinsfreie Musik erstellen, die man sich bei YouTube anhören kann und über entsprechende Internetseiten auch unterladen kann. Die beiden Links dazu packe ich einfach mit in die Videobeschreibung.